Der wird richtig nachfassen. Aua! Was ziehen die einen viel ab? Das ist ja grauenhaft. So. Und hier mal ein bisschen. Und so. Immer mal ein bisschen verteilen. Dass wir so früh den Buff ansetzen müssen. Arsch wie. Was ist das denn gerade? Hm. Egal. Weiter geht's. So. Komm. Geht tot. Liegt schon wieder durch den... Aua! Ach so. Was für ein Käfervieh. Wann ich grad sagen. Nicht schwierig. So eine Arapa mal verrecken. Oh. Bin ich überhaupt verreckt. Ach so. Ah. Ich seh schon andere. Gleich mal. Ein paar mehr. Ein paar mehr. Aua! Aua! Ohne Möbel. Reingesprungen hier. Hohe! Natürlich schießt sie noch mal einmal ab. Natürlich schießt die auch noch einmal ab. Feuert oder was auch immer die noch mal gemacht hat. So, nach da unten. Aua. Jetzt schon wieder. Die habe ich aber auch nicht gerade. Gut, dann war es das, was ich hier aufgesammelt habe. Ich dachte schon, ich hätte irgendwie von den Viechern wieder abgekriegt. Aua. Alter. Ich darfst auch keine halbe Sekunde mal nicht hauen. Habe, wo ist der Maus? Ja, da. Leuchtet auch ganz schön, das Teil. Ja, das können wir noch nicht einsammeln. Dazu brauchen wir glaube ich den, ja, die Bober, den wir aus, äh, aha. Oh, die Helle wurde aus. Ah, da war ein Tiefmann für eine lange Stunde glaube ich mal das. Ähm, aber die Strange Plant nehme ich nochmal mit. Äh, ja, wie auch immer. So. So. Aua. Da habe ich zufällig schon so ein Herz eingesammelt. Ist auch kein Wunder, ich meine, Hartmut ist noch jung. Da sprießen wir noch nicht so wirklich. So, das nehme ich mal mit. So, das wollte ich jetzt machen. Das müsste Platin sein, aber das kann man auch ganz gut mitnehmen. So. 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 Bald müssen wir auch schon wieder bei 200, äh, bei 400 gewesen sein. Äh, gewiesen, Alter, ja. Nein. So. Punkt. Wie gesagt, 200, 400, ich meine 400 natürlich. Und ich meine Hit-Points. So. Lassen wir auch noch mal mit. Was ist da? Oh. Eine Kiste. Was habe ich da jetzt gehauen? Hm. Wahrscheinlich nichts. Oder ich habe eine kleine Hornisse platz gemacht. Oh. Oh. So eine Normal-Mode sag ich hier. Ja, Pre-Hard-Mode. Ah. So darf ich trotzdem hin. Hallo, Bursuma. Danke. Oh. So. So. Besonderes... Es gibt Rauschenes werden wir hier nicht finden wahrscheinlich. Warte mal, ich geh mal drüber weg. Oh. Aber gut, geht nicht rüber weg. Nö, nicht wirklich. Und die Kisten sind wieder voll. Oh, ich breche zu essen. Moment, das, ach so, ja. Die Pause it all. Aber irgendwas zu viel, ja. Uah, saufen wollte ich hier nicht. Loot all. So. So, wenn ich die mitgenommen hab, na egal. Äh, blablabla, 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 da hin, so. War nicht unnötig, weil, und so. Ach, ich kann auch da lang. Oder da, trauen wir, wenn wir hier sind. Äh, baff. Ja, Protokolle aus Wasser. Ey, wie die auf mich schießen, sobald die mal ne Millisekundere, Sekundere, genau, Sekunde, kann ich keinen Schaden auf ihn machen. Alter. Ach, das ist so ne Motte. Und? Ah, Butterfighterast. Hm. Na, vielleicht. Irgendwann mal. Aber nicht jetzt gleich. Wo ich gerade erst mir die Hakinflügel geholt hab. Aua. Das ist ein kleines Missvieh. Die Glück zum Schaden machen nicht so, nicht viel so, genau. Eigentlich kann ich jetzt ein Detail auch mal. Na, verreckst du noch? Jo. Äh, was wollte ich jetzt noch? Gut, können wir mal wieder ne Runde Quickstack machen. Und das kann der eigentlich wegpacken. Brauchen wir nicht mehr. Wollen wir das unter Basteln? Nee, Werkzeug. Accessories. Hatte ich nicht ein Accessories 2. Ja, ich brauch schon Accessories. Pfff. Accessories 2. Und Basteln ist auch, wahrscheinlich ist auch ran voll. Ach, haben wir hier so Umräumerei. Ähm, egal. So, das macht mich gerade Kirre. Dass er da mal bohren will. Waffen 2. Da ist bestimmt auch Boomstick in Musket. Und da ist die Boomstick. Das heißt es außerdem. So. Die schmeißen wir ja mittlerweile weg. Green Torch, Müll und Deko und so. Äh. Ja, aber die waren alle ran voll. Irgendwann müssen wir erstmal halbwegs logisch sortieren. Aber nicht jetzt. Mozer Zeugs haben wir auch schon mittlerweile irgendwie drei Stück, oder? Nee, zwei erst. Na. So. Wie gesagt, das kann ich irgendwann mal machen. Aber nicht jetzt schon. Ach, dazwischen die Führe von sich hin. So. Also nochmal in den Dschingel. Oder darf ich doch weiter nach? Dings Farm, sag ich schon. Äh. Wie heißt sie nochmal? Seelen der Nacht. Hier haben wir auch nicht viel geforscht. Aber gut. Dem kann ich irgendwie noch nicht so viel abgewinnen. Ab... Gewinn... Gewinn... Ach, egal wie das betont wird. Von mir jedenfalls falsch. So. Sammeln wir das noch rauf. Auf, was da im Weg rum liegt. So. 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 da lang. Da lang. Da lang. so. 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 So, ob ich vielleicht irgendwas treffe. So, jetzt ist auch genug geheilt. Ach, du heilige Scheiße hier. Moment, das machen wir jetzt mit dem hier. So, da ist der Mauszeiger. So, jetzt nehme ich den nochmal dazu. So, Mana ist wieder voll. Oh, meine Fresse braucht nie lange zu verrecken hier. Oh, das ist ja noch eine. Mann, hat sich die Etie gesammelt. Dann war es jetzt, äh, eigentlich wäre es zu viel, bin ich gerade. Obwohl, naja, gut. Die Map brauche ich doch leider. Durch da hin, äh, jetzt nicht. Aber ich hätte ja schon mal pauschal beleuchten. Dass man ein bisschen mehr von sieht. Hier ist er trotzdem nicht. Gut. Äh. Boah, war ich weit unten. Gut, gehen wir nochmal schneller runter. Oh, das war ich so. kein banner doch das hätte ich jetzt alle 50 ob es da noch eine chance gibt ob es auch mal zwischendropp drunnen droppt genau drinnen droppt da muss ich auch mal ein bisschen auch schiel eigentlich ist noch eine hornisse keine moss hornet also direkt weg damit das ist eine moss hornet da ist mein zeug ja gut hier ist aber diese tier 2 war es glaube ich flüge zu bekommen ist auch relativ einfach das ist einfach eine vernisse eine normale gut ok alter ach ich bin oom kein wunder ich mache jetzt mal weg du stößt mich gerade ok was ist das ist das ne zuerst plan glaube nicht oder nö aber würmchen sind drinne gut jetzt häng ich daran fest oder was so habe ich jetzt mal eingesammelt ja habe ich doch gerade da sind wir von dahin gekommen scheint so ja das überhaupt ja tun kann ich mir schon was gedacht also schön dass es ausgelaufen ist jetzt gar nicht aufgefallen ist wahrscheinlich auch gerade ihm erst nicht mehr aber die sind nervig so so dschungelsporen ja noch ist die na fast bald voll was hat mich denn da zehntausend mal gehauen jetzt verrege ich auch noch daran oder wie vier drei zwei eins drei vier drei vier 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 mehr Ah, fuck. Ja, voll reingeflogen. So. Jetzt hole ich mir noch einmal das Ding, sofern mich die Viecher lassen. Und dann ist auch gut. Ne. Ich muss das Gold zurück, sofern mich die Viecher lassen, dann habe ich erst mal die Nase voll. Zumindest vom Dschungel. Ja, man kann auch wegquickstecken. Müll. Banner. Oh, die Kiste ist auch goldvoll. Ich werde verrückt. Äh, Tethered Bee Wing. Äh. Da ist noch was der Zeugs 2. So. Äh. Für König Gel. Hä? Okay. Okay, es ist ja ein Stack voll. Ähm. Hallo Verpeilung. So, da. Flup, while it die. Quick Stack, Quick Stack, danke. Noch nicht eine. Moment, den Save haben wir glaube ich nicht geleert. Good All. So, ich muss irgendwie demnächst... Ich mach das gleich mal. Das kann weg. Das will ich behalten. Das... Moment. So, zwei können wir davon weg machen. Und wenn ich mal ein bisschen mehr Platz habe, Moment, das kann man auch da reintun. Weile Tusk. Ach, ich hab hier noch einen. Ist noch was drin? Nö. Doch. So, den müssen weg Quick Stacken können. Genau. Machen wir es mal so. Irgendwie... Oh, nee. Hier was ich hin. Ja.